Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Marvinieske Immobilien. Wir stellen euch heute den Offenbacher Stadtteil Tempelsee vor. Dieser liegt im Süden von Offenbach und grenzt an die Stadtteile Biber, Biberer Berg, Karl-Ulrich-Siedlung, Rosenhöhe, Buchhügel und im Süden an den Offenbacher Stadtwald. 1922 wurde mit dem Bau der Siedlung begonnen, in der heute 4.400 Einwohner leben. Benannt ist der Stadtteil nach einer alten Mühle, die noch bis ins 20. Jahrhundert durch das Wasser des Hainbachs angetrieben wurde. Tempelsee ist hauptsächlich als Wohngebiet ausgewiesen. Hier findet man eine hervorragende Infrastruktur wie diverse Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten und Schulen. In dem Stadtteil befindet sich auch die Stadtteile, eine der wichtigsten Veranstaltungsorte in Offenbach. Zu den Highlights des Stadtteils zählen der Tempelseepark und der Wetterpark. Letzterer ist ein 20.000 Quadratmeter großer Lehr- und Erlebnispfad, welcher an verschiedenen Stationen Wissen rund um das Thema Wetter und Klima vermittelt. Naturliebhaber kommen außerdem auch im angrenzenden Stadtwald voll auf ihre Kosten. Der Stadtteil ist über verschiedene Buslinien der Offenbacher Verkehrsbetriebe zu erreichen.